Hier blüht schon die Wand aus. Wolkenbildung ist deutlich das Zeichen von Feuchtigkeit. Aber es kommt ja noch schlimmer. Wenn wir sehen, hier unten ist der ganze Fußboden nass. Da haben wir sogar flüssiges Wasser. Stehendes Wasser. Und wenn man das hier sieht, hier gab es mal jemanden, der hat eine Verpressung durchgeführt. Das ist aber schief gegangen. Es kommt hier überall aus der Wand raus. Hier sieht man auch wieder die Ränder, Feuchtigkeitsränder. Ganz sicheres Zeichen von Undichtigkeiten. Hier die Innenwand, auch braun und undicht. Das Bohrmehl ist so nass. Also stehendes Wasser. Das ist das Hohlmauerwerk. Und die Sanierung ist hier schief gegangen. Das ist das Hohlmauer.